Musik Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. So stelle ich mir diese Szene vor. Natürlich lauter, lebendiger, bewegter. Was sind das wohl alles für Menschen, die da auf den Straßen von Jerusalem unterwegs sind? Ich sehe da eine Frau, die jubelnd einen Palmzweig schwenkt. Sie hat schon viel von Jesus gehört. Er macht die Menschen gesund. Taube hören, stumme Reden, Lahme gehen durch ihn. Das kann nur einer, der im Namen Gottes handelt, denkt sie. Und jetzt kommt er nach Jerusalem. Wenn das mal kein Zeichen ist. Hoffentlich, ganz bestimmt, bricht jetzt eine neue Zeit an. Und Freiheit liegt in der Luft. Ein Pharisäer steht in der Menge und beobachtet das Geschehen. Er kennt sich aus mit den heiligen Schriften des Judentums. Er versucht, nach ihren Geboten zu leben, jeden Tag. Nun geht sein Blick argwöhnisch zu diesem Jesus mit seinem Gefolge aus Versagern und gescheiterten Existenzen. Der verwässert doch Gottes Wort, denkt er. Als ob es nicht mehr wichtig sei, Gottes Gebote zu halten. Das ist gefährlich. Dieser Jesus ist gefährlich. Am Rande der Menge steht eine Frau mit einem Einkaufskorb. Sie beobachtet von fern das Geschehen. Auch sie hat schon einiges von Jesus gehört. Glauben tut sie es nicht. Im Grunde ist ihr dieser Jesus auch egal. Es geht ihr gut. Es fehlt ihr an nichts. Diesen ganzen Trubel um Jesus, sie versteht ihr nicht. Und sie hält sich da raus. Auch einige junge Männer sind in der Menge zu sehen. Wütend, voller Zorn. Nein, nicht auf Jesus, auf die Römer, die das Land bedrücken und aussaugen. Und jetzt, wo sie Jesus kommen sehen, die ihm entgegenlaufen, spüren sie es. Veränderung liegt in der Luft. Vielleicht kommt es jetzt endlich zum Aufstand. Und Jesus selbst setzt sich an die Spitze. Und dann ist da Jesus. Auf einem Esel zieht er in Jerusalem ein. Nicht auf einem Pferd. Ein Pferd steht für Macht und Größe. Nein, auf einem Tier, das trägt und schleppt. Jesus steht nicht für die Macht, die über andere herrscht. Er ist der, der sein Leben für andere gibt und die Lasten anderer trägt. Und die Jünger, in dem Moment verstehen sie überhaupt nicht, was da passiert. Erst nach Ostern, in der Rückschau, gewinnt der Einzug in Jerusalem für sie Bedeutung und beginnen sie zu verstehen. Wenn wir heute auf den Einzug in Jerusalem schauen, schauen wir auch zurück. Aber genauso wie den Menschen damals, stellt sich auch uns eine ganz bestimmte Frage. Wer sind wir, wenn es um Jesus geht? Begeisterte Anhängerin? Zweiflerin? Gleichgültige? Gegner? Wollen wir ihn vor unseren Karren spannen? Oder wollen wir uns von ihm tragen lassen? Gott, lass mich immer wieder neu entdecken, dass du mir in Jesus Christus hinterher gehst und entgegenkommst und tragen willst, was ich nicht tragen kann. Amen. Amen. Amen.